Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Heute geht es wieder um das Thema Storytelling. Wir haben wieder den Pionier im Bereich Storytelling im Business hier in Deutschland, Alexander Christiani, als Experten bei uns zu Gast. Er hat uns drei Beispiele mitgebracht. Denn Storytelling ist ja nicht so einfach in der Praxis umzusetzen. Ich habe ihn einfach mal gebeten, ein paar praktische Beispiele mitzubringen. Hallo Herr Christiani, schön, dass Sie wieder da sind. Ja, herzlich willkommen Herr Schneider. Ja, die Frage Storytelling im Business, wie kann man es umsetzen? Sie haben drei Beispiele mitgebracht. Ich glaube, das erste Beispiel dreht sich um das Thema, wie kann ich mich mit einer Story als Experte positionieren, oder? Absolut. Also meine erste Empfehlung ist, es gibt ja jemand, der schon vor Jahrtausenden darüber nachgedacht hat, was macht effektives Überzeugen aus, Aristoteles. Und der hat damals gesagt, es gibt drei Ebenen des Überzeugens. Logos, das sind die guten Argumente. Dann gibt es Pathos, das sind die Emotionen, die unser Herz erreichen. Und dann gibt es eben Ethos, den glaubwürdigen Charakter desjenigen, der spricht. Und deswegen will ich zunächst einmal Werbung dafür machen, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, jemand wie Klaus Hipp, der Bio Mitte der 60er Jahre erfunden hat, als Bio im Duden noch gar nicht, als Bio stand, der sich mit anderen Bauern damals wirklich angelegt hat, die große Sorgen hatten, wenn wir hier nicht irgendwelche Käfer und Insekten wegsprühen, dann kriegen wir nicht mehr die richtigen Ernten hin. Der seit 45 Jahren für sein Konzept steht mit einem einzigen Satz, dafür stehe ich mit meinem Namen. Oder dafür bürge ich mit meinem Namen. Und selbst wenn das eine ganz kurze Story ist, die dahinter steht, zeigt die aber, dass ein Unternehmer, der hingeht und zum Beispiel auf seiner Webseite in 60 Sekunden sich zur Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen bekennt, einen kurzen Satz sagt zu seiner Philosophie, dass das irrsinnig gut funktioniert. Und da können wir uns ja mal ein paar Beispiele zu anschauen. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Suche nach einem Personal Trainer und Sie gehen zu jemandem auf die Webseite und sagen, herzlich willkommen, ich bin Personal Trainer und Sie werden sich vielleicht fragen, was meinen Trainingsansatz von vielen anderen unterscheidet. Es gibt eine Menge sehr, sehr guter Leute draußen am Markt, aber meine Erkenntnis ist, wenn Sie 40 Jahre alt sind, wenn Sie Performer sind, wenn Sie beruflich im Alltag sehr erfolgreich sind und Sie kommen trotzdem zu mir als Personal Trainer, dann haben Sie in den letzten 40 Jahren eines nicht geschafft, die gute Gewohnheit aufzubauen, aus innerem Antrieb und aus Spaß an der Freude regelmäßig Sport zu machen. Und hier ist mein Ansatz. Sie geben mir 180 Tage Ihrer Zeit. Wir reden über die richtige Mischung von Ausdauer, von Schnelligkeit und Krafttraining und ich garantiere Ihnen, dass Sie mit meinem Konzept innerhalb von 180 Tagen lernen, für den Rest Ihres Lebens regelmäßig und gerne Sport zu machen. Und falls es nicht so sein sollte, das ist meine Garantie, gibt es einen Anruf von mir, ich schieße Sie ein zweites Mal, wenn Sie drei Tage auf Ibiza waren, die Gewohnheit verloren haben, wieder in den Film zurück. Wenn es beim zweiten Mal nicht klappt, kriegen Sie von mir nur 100% Geld zurück, Garantie ist das ein faires Angebot. Also nur mal zu zeigen, wie sich jemand auf seiner Webseite, wir sehen den dort, wir können direkt vom Bauch entscheiden, will ich mit dem arbeiten und kann ich das Ganze entsprechend umsetzen. Und das würde für jeden funktionieren, das funktioniert in einer Branche von Versicherungsmaklern, wo jeder sagt, der Kunde ist König und ich gehe für dich die Extrameile. Jemand, der mit einer Story demonstriert, dass er das tut. Ich habe einen Kunden, der steht in seinem Büro, sagt, steh mal im Office. Hinter mir an der Wand sehen Sie 300 Leitzau, Ordner, um genau zu sagen, 352 Stück. Das sind die Ordner mit allen Versicherungsunterlagen meiner Kunden. Denn dann habe ich schwarz auf weiß, wenn Ihr Sohn mal beim Nachbarn versehentlich die Scheibe einschießt und Sie mich anrufen, greife ich mir in Ordner, gucke das Ganze nach und reguliere den Schaden für Sie mit dem Ansprechpartner der jeweiligen Versicherung. Und weil ich das seit 20 Jahren so tue, für inzwischen über 300 Kunden, habe ich natürlich zu den Ansprechpartnern der großen Versicherer einen guten Draht aufbauen können, weshalb wir die meisten Dinge in ein oder zwei Telefonaten erledigen, anstatt dass das Ganze in wochenlange oder monatelande elendiglich lange Schreibereien ausartet oder vielleicht sogar eines Tages Worst-Case-Szenario im Rechtsstreit endet. Und wenn auch das Ihr Verständnis von guten Services ist, würde ich mich wahnsinnig freuen, hier unten rechts in naher Zukunft den 353. Orten aufzustellen, den mit Ihren Unterlagen. Und Sie sehen, das ist also ein Beispiel zum einfachen Nachmachen. Eine Hauptbotschaft von mir ist, der Unternehmer spricht selbst. Allein, wenn du dich zu deinen Produkten und Dienstleistungen bekennst, wie ein Klaus Hipp es tut, hast du einen völlig anderen Ansatz, weil 99 von 100 Unternehmern genau das nicht tun. Und dann brauchst du es erst in einem kurzen Punkt hinzubringen, dass die Menschen sehen, was macht dich einzigartig anders. Man merkt, dass sie zu Recht als der Pionier im Storytelling im Business gelten. Deswegen ist es immer wieder faszinierend, wie sie diese Beispiele, diese Storys so aus der Hüfte schießen. Ich will dieses Wissen mal anzapfen und frage, ist es möglich denn für Unternehmen, auch wenn die jetzt eine Marke aufbauen wollen, etwas größer zu werden, Storytelling einzusetzen? Absolut. Wenn zwei Sachen zusammenstehen, Storytelling und Storydoing. Also mit anderen Worten, eine Story kann erstmal sehr viel Hoffnung und eine sehr hohe Erwartung aufbauen. Wenn ich dann glaubwürdig bin und authentisch bin als Unternehmen, dann muss ich das Ganze auch liefern. Machen wir doch mal zusammen, anders als vom Skript der Vorbereiter, wenn Sie gerade schon nach dem Beispiel fragen, nehmen wir doch mal ein Großunternehmen in Deutschland, das jeder unserer Zuschauer und Zuhörer kennt, die Deutsche Bank, die sich ja in den letzten Jahren viel vergeblich versucht hat, sich wieder ein gutes Image aufzubauen, die aus meiner Sicht mit Storytelling und Storydoing das in kürzester Zeit tun konnte. Stellen Sie sich vor, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank würde nach irgendeiner Jahreshauptversammlung, wo man die Strategie für die nächsten drei Jahre festgelegt hat, bevor die Kameras treten, würde sagen, meine Damen, meine Herren, die Deutsche Bank hat ihre Mentoraufgabe für die nächsten Jahrzehnte gefunden. Wir waren ehrlich gesagt sehr erschreckt, denn unser Name sagt es ja schon, wir kommen aus Deutschland, wir stehen für Deutschland, deutsche Kultur. Als wir eine internationale Vergleichsstudie bekommen haben, die zeigt, dass Menschen in Deutschland relativ gesehen viel weniger finanziell erwachsen sind als in vielen anderen Ländern der Welt. Wir haben es geschockt zur Kenntnis genommen, dass im Durchschnitt amerikanische Lkw-Fahrer mehr Aktien für ihren Rentenalter zurückgelegt haben, als es sogar deutsche Beamte getan haben. Dass in England, my home is my castle, die Zahl der privaten Hausbesitzer, die damit wenigstens in ihren eigenen vier Wänden ihren Lebensabend verbringen können und dort keinen Stress haben, viel, viel höher ist, als es in Deutschland ist. Und das hat uns eigentlich unsere Verantwortung bewusst gemacht, zu überlegen, welchen Beitrag können wir leisten. Und wir als Deutsche Bank haben uns entschlossen, ein völlig neues Konzept anzusetzen. Wir werden die Akademie für finanzielles Erwachsenwerden, für finanzielle Unabhängigkeit gründen. Wir werden uns die besten Finanzprofessoren der Welt zusammenholen. Wir werden die besten Online-Didaktik-Experten an Bord holen. Wir werden die größte Finanz-Online-Universität schaffen, die es auf diesem Planeten gibt. Wir werden sie in alle Amtssprachen der Erde übersetzen. Wir werden jedem die Gelegenheit geben, der finanziell erwachsen werden will, kostenlos das beste Finanz-Know-how in der besten Coaching-Form zu bekommen, sich selbst zu erarbeiten. Und völlig unabhängig davon, ob er Kunde der Deutschen Bank ist oder nicht. Wir stehen als Deutsche Bank für unsere Verantwortung, Mentor für finanzielles Erwachsenwerden zu sein. Und wenn dann Kunden sich in Kenntnis dessen, was im Finanzwesen gut funktioniert, danach noch für Produkte der Deutschen Bank entscheiden sollten, dann wird uns natürlich doppelt glücklich und stolz machen. Aber das wäre der zweite Schritt. Der erste ist, möglichst vielen Menschen die Chance zu bieten, für sich selbst zu erkennen, welchen Beitrag finanzieller Wohlstand zu ihrem Leben leisten kann. Und dafür stehen wir. Sehr beeindruckend, ja. Stellen wir uns vor, die würden das jetzt wirklich so machen. Die würden nachsehen, die zehn Hauptsprachen übersetzen. Die würden wirklich großzügig dieses Know-how eingekaufen und nicht nur eigene Experten. Dann würden wir sie erleben als ein Unternehmen, das soziale Verantwortung übernimmt, das einen wirklich wichtigen Beitrag leistet für unser aller Leben. Und das Coole ist, wenn Sie überlegen, wie viel die E-Fail-Marketing ausgeben, wie viel die für Fernsehspots ausgeben, dann würde eine solche Online-Finanzakademie mit den besten Experten der Welt aus der Portokasse von denen zu bezahlen sein. Und deswegen denke ich, dass ein Unternehmen, wir könnten das jetzt weitermachen, die Story-Formel, die dahintersteht, ich könnte beides zum Beispiel machen. Sie schauen gerade, wir können gerne noch einen weiteren Punkt rausschießen, wenn wir bei Markengeschichten bleiben. Lassen Sie uns eine Geschichte für Coca-Cola machen. Die haben ja in Bezug auf Energydrinks gegen das Storytelling-Unternehmen Red Bull riesig gelust. Aber wie könnten sie hingehen und das Ganze rumdrehen? Und hier ist dann eine Formel, die wir alle gut nachmachen können. Du musst als Marke finden, wenn du dich emotional besetzen willst, was ist ein wichtiger Wert, der deine Kunden schon seit zehn Jahren oder seit hunderten von Jahren im Herzen wirklich bewegt. Und wenn du dich dann glaubwürdig zum Mentor und zum Anwalt für diesen Wert machst, dann überträgst du dieses positive Gefühl des Wertes auch auf deine Marke. Also ich stelle mir hin, der Vorstandsvorsitzende von Coca-Cola würde kommen und sagen, meine Damen, meine Herren, Sie kennen Coca-Cola als ein Unternehmen, dass das seit vielen Jahren, mach mal Pause, trink Coca-Cola, für ein klein wenig Quäntchen mehr Lebensgefühl und Lebensglück steht. Und viele von Ihnen wissen, dass wir in den 30er Jahren der Welt den Weihnachtsmann geschenkt haben. Aber wir haben inzwischen eines festgestellt, Glück ist viel, viel mehr als äußeres Glück, als ein Geschenk zu Weihnachten, als eine Coca-Cola in der Pause. Zum Glücklichsein gehören viele innere Werte. Es treibt uns als Unternehmen um, dass Frauen in der dritten Welt oft gar nicht die Chancen haben, in gleicher Weise an Bildung teilzunehmen wie Männer und damit sozusagen auf eigenen Füßen für ihr Glück sorgen zu können. Und in der westlichen Welt, wo wir alle äußeren Anreize für Glück haben, da fehlt uns oft der Mindset, wirklich dankbar zu sein für das, was wir in unserer Welt alles genießen können. Und deswegen hat Coca-Cola sich entschlossen, die weltweit für eine Glücksuniversität ins Leben zu rufen. Denen, die in der dritten Welt, denen die äußeren Voraussetzungen fehlen, mit Bildung ihr Glück in die eigene Hand zu nehmen, ihnen diese Start Voraussetzungen zu geben und denen, die schon alles hätten, glücklich zu sein, das Coaching zu der Dankbarkeit zu geben, dass sie es auch in der westlichen Welt hier leben können. Und wir sind sehr froh, dass es andere Unternehmen gibt, ob das nun Red Bull ist, die für etwas mehr Adrenalin und etwas mehr Abenteuerlust im Leben stehen. Aber geben Sie sich keine Illusionen hin. Der wahre Mentor für Glücklichsein in unserer Welt seit über 100 Jahren ist Coca-Cola. Und das werden wir auch in Zukunft sein. Zwei beeindruckende Beispiele. Storytelling im Business, wie es geht für den Markenaufbau. Vielen Dank, Herr Cristani. Aber ich glaube, viele Unternehmen haben ja nicht nur das Problem, die Marke aufzubauen, sondern es gibt Wettbewerb, die immer mehr zunimmt, immer stärker wird. Das Thema Preise und den Verkauf von Preisen wird für Unternehmen immer eine große Herausforderung. Wie kann Storytelling da helfen? Absolut. Storys sind sehr, sehr gut geeignet, Werte in Proportion und ins Verhältnis zueinander zu setzen. Ich will Ihnen zwei Beispiele geben. Ich habe einen Kunden, der stellt Lattenroste für Betten her. Hat auch das weltweite Patent, ist die Firma Lattoflex. Und der Fünfmotorer Lattenrost von denen kostet 3.800 Euro. Also für ein Ehebett, für ein Doppelbett 7.600 Euro. Und so einen Lattenrost kriegen Sie bei Ikea vielleicht ab 100 Euro. Und da zucken natürlich viele Kunden zusammen, auch wenn sie ein bisschen Rückenschmerzen haben, wenn sie hören, Mensch, hier für unser Bett zu Hause, für unser Schlafzimmer, das kostet mal schlappe 7.600 Euro. Und eine Story, die ich für die konstruiert habe, nach einigen Interviews mit einigen der besten Verkäufer, die die haben, mit diesem Werterleben umzugehen, geht wie folgt. Da sagt zum Beispiel der Kunde zu dem Verkäufer, Donnerwetter, das ist aber sehr teuer. Dann sagt er, ja, vor 14 Tagen hatte ich ein Ehepaar hier, fast in ihrem Alter, sagte man auch spontan auf den ersten Blick, Donnerwetter, das ist aber teuer. Und wisst ihr, da sagt seine Frau zu ihm, du Schatz, ich habe es ja gar nicht mehr genau in Erinnerung, aber als wir da vor sechs Monaten unseren neuen Audi A6 bekommen haben, da haben wir doch auch diese Sitze vorne mit dieser Sportler-Dosestütze genommen. War das denn irgendwie 5.900 Euro extra oder sowas? Nur, dass wir beide auf dem Weg morgens 30 Minuten zur Arbeit und abends wieder zurück ein bisschen Entlastung für unseren Rücken haben. Also wenn wir jetzt überlegt, dass wir mit diesem Lattenrostbett und diesem Fünfmotorer acht Stunden jede Nacht Urlaub von unseren Rückenschmerzen bekommen, dann denke ich, sollte uns dieses Investment auf jeden Fall wert sein. Aber Liebling, wenn du sagst, wir beide haben das dieses Jahr nicht mehr im Budget, du, dann biete ich dir sehr gerne an, lass uns lieber einen fünf Sterne, sieben Tage Urlaub auf Mallorca streichen und uns da vom Budget ein bisschen zurücknehmen und dafür auf der anderen Seite in dieses Bett investieren, weil dann haben wir beide 52 Wochen im Jahr Urlaub von unseren Rückenschmerzen. Und ich glaube, das hilft uns viel mehr, sagte die Frau zu ihrem Mann. Sehr beeigene Story, Storyteller. Ja, und das Interessante ist, da Lattoflex nicht auf Lager liefert, sondern nur auf Bestellung. Wir haben diese Story genommen und haben sie in 45 Bettenhäusern von 650 über die sieben Außendienstler, also gar nicht professionelle Verkaufsrenner, über die sieben Außendienstler weitergeben lassen, dass die Verkäufer nur diese Story gehört haben. Mit dem Ergebnis, dass in zwölf Wochen danach der Auftragseingang bei diesen 45 Testhäusern um 22 Prozent höher lag. Und daran, Herr Schneider, sehen Sie wieder einen Punkt, Storys sind nicht nur faszinierend, weil sie im Kundenkopf so gut haften, sondern sie sind auch vom Behalten für den Verkäuferkopf so gut. Das heißt, statt drei Tagen Verkaufstraining haben die drei kurze Preiswert-Storys innerhalb von 90 Minuten gelernt, haben die anschließend bei ihren Kunden umgesetzt und es kam direkt im Kundenkopf so an. Und weil wir hier bei Ihnen im Süden von Deutschland in Starnberg sind, lassen wir vielleicht noch direkt ein weiteres Beispiel draufsetzen, was ich vor vielen Jahren erlebt habe mit Ulrich Strunz. Kennen Sie vermutlich auch. Guter alter Kumpel von mir, Uli. Und er hat irgendwann mal zu mir gesagt, du Alex, zu mir kommen Leute und wenn die dann hören, dass du diese Blutanalyse, wie viel Eiweißgehalt hast du im Blut, er macht ja sehr aufwendige Sachen und die kostet damals 500 bis 600 Euro. Und dann sagt er zu mir, du glaubst gar nicht, hier kommen Leute mit einem Mercedes vorgefahren, mit einem Porsche vorgefahren und die fragen mich als erstes, sagen Sie mal, übernimmt das meine private Krankenkasse? Und wenn dann, ich offen sage, manche übernehmen es, andere nicht, dann gibt es viele, die sagen, nee, also Herr Dr. Strunz, solange ich nicht weiß, ob meine Kasse das übernimmt, mache ich das Ganze besser nicht. Und dann sagt er zu mir, oder Alex, du musst mal überlegen, für ihre S-Klasse-Inspektion und die Frau hat irgendwie noch ein Audi Cabrio, da zahlen ihm ja es dreifache für diese Blutuntersuchung. Und ich sage zu ihm, Uli, da hast du deine Geschichte. Und er sagt zu mir, wie meinst du das? Ich sage, du probier mal folgendes aus, wenn in Zukunft einer reinkommt, gehst du hin und sagst, weißt du, dieses große Blutgutachten dort ist so etwas ähnliches wie eine große Inspektion bei ihrer Mercedes S-Klasse. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied, dass bei der S-Klasse müssen sie das alle halbe Jahr machen, wenn wir es so gründlich hier machen, ist das Ding gut vom Blutprofil für die nächsten drei Jahre und das Ganze ist von einer Investition auch nur ein Drittel. Und irgendwann habe ich mir nur so nebenbei und aus Spaß gesagt, sagte zu mir, du Alex, seit ich den Leuten diesen Vergleich vorher gebe und Uli ist ja auch so jemand, der ruhig Sachen auf den Punkt formulieren kann und dann dem einen oder anderen sagt, aber wissen Sie, die werden es nicht glauben, es gibt den einen oder anderen, dem ist sein Mercedes drei Inspektionen im Jahr wert, aber er sich nicht alle drei Jahre eine richtig große Inspektion, ist die Zustimmungsrate der Leute mitzumachen dramatisch viel höher. Mit anderen Worten, wir alle wollen von unserem Ego keine Werteinkonsistenzen. Wir wollen von uns selber denken, dass wir uns genauso viel, mindestens so viel wert sind wie unser Auto. Und jetzt kommt das Interessante, Storys können belehren, ohne belehrend zu wirken, weil sie predigen nicht, sie erzählen vielleicht irgendetwas, was andere erlebt haben und deswegen ja, ich halte Storys für ein ganz effektives Werkzeug, gerade bei hochwertigen Produkten, zunächst den Wert des Produkts über die Story erlebbar zu machen, weil dann wird in aller Regel der Preis sehr viel schneller akzeptiert. Das ist immer wieder beeindruckend, Ihnen zuzuhören, wie Sie diese Ideen zu entwickeln, aber wenn ich jetzt mal an den klassischen Unternehmer denke, der sich für sich fragt, noch nie mit Storys gearbeitet hat, wie kann ich denn jetzt anfangen? Was würden Sie empfehlen? Wo kriegt der Hilfe? Also ich würde dem raten, geh zu uns auf die Webseite, Institut für Story Marketing, lad dir meine erste Checkliste runter, wo ich die fünf Hauptbausteine jeder guten Geschichte bespreche und ihm anschließend so per Malen nach Buchstaben anbiete, welche Punkte er insgesamt wie zu verbinden hat. Und das allercoolste, Herr Schneider, was ich dann meinen Kunden sagen kann, ihr braucht ja nicht zu glauben, dass diese kleine kurze Checkliste so super gut funktioniert. Ihr macht einfach eine erste Story damit, vielleicht von einer bis anderthalb Minuten, setzt die auf eurer Webseite und messt dann anschließend über Google Analytics, um wie viel eure Conversion Rate steigt und wie viel mehr Interessenten sich bei euch melden, weil Zahlen, Daten, Fakten sagen dann mehr als tausend Worte. Und Sie behaupten, dass ein Unternehmer, der noch nie mit Storys gearbeitet hat, mit Hilfe von dieser Checkliste in der Lage ist, dann seine erste Story selber zu entwickeln? Ja, ich gebe auch gerne zwei Quellen, wo er noch weiter schauen kann. Eine der ersten Storys, die nach dieser Checklist entwickelt worden ist von David Wenger bei Wenger Engineering. Der ist inzwischen Weltmarktführer geworden für Thermodynamik, hat auch einige Videos mehr gemacht nach dieser ersten Story. Und er hat zum Beispiel bis vor drei Jahren Erstaufträge gekriegt von Großunternehmen bis maximal 20.000 Euro. Er hat im letzten Jahr drei Erstaufträge gekriegt über mehr als eine halbe Million Euro, weil die Storys und die Fallstudien, die er bringt, so wahnsinnig viel Vertrauen aufbauen. Herr Kristalli, sehr beeindruckend. Vielen Dank, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr gern. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.